Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop Video. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zwei, drei Tipps geben zum Thema Gradationskurve. Ich habe jetzt hier ein Foto aus Cochem und ich lege meine Gradationskurve an, wähle hier die Miniatur aus und bin jetzt hier im Eigenschaftenfenster. Wenn ihr das nicht findet, dann ist hier einfach ein Häkchen setzen und dann erscheint dieses Eigenschaftenfenster. Und ich werde einfach mal einen Punkt setzen, die Gradationskurve hochziehen, damit ich hier ein bisschen mehr Licht kriege. Und hier unten in den Mitten und Tiefen, dann gehe ich wieder ein bisschen runter, weil die mir ganz gut gefallen. Vorher, nachher. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Weiß hier im Bild. Und das Problem kann sein, wenn ich jetzt also die Gradationskurve schön austariert habe und ich möchte noch eine Kleinigkeit ändern. Ja, dann, wenn ich es eilig habe, dann klicke ich hier drauf und schwupp, habe ich also, wenn ich draufklicke, vielleicht die Gradationskurve um ein paar Pixel verändert. Das wollte ich vielleicht gar nicht. Es muss also eine Möglichkeit geben, einen solchen Ankerpunkt schnell und einfach auszuwählen. Und das geht auch, er nimmt nämlich einfach die Plus-Taste auf der Tastatur. Also, ich drücke mal die Plus-Taste. Jetzt ist ja hier dieser Punkt ausgewählt. Plus. Jetzt ist der Punkt ausgewählt. Plus. Und so kann ich also hier von einem Punkt zum nächsten springen und entsprechend meinen Ankerpunkt auswählen. Und wenn ich jetzt so den Wert ändern möchte, kann ich einfach rübergehen mit der Hand und jetzt die Cursor-Taste nehmen, Cursor-Taste hoch. Dann geht der Ankerpunkt hoch oder runter, geht er runter, links oder rechts. Und wenn ich die Shift-Taste dabei gedrückt halte, dann sind das entsprechend größere Schritte, links, rechts, hoch, runter. Und so könnt ihr also ganz wunderbar und blitzschnell hier einen Ankerpunkt auswählen und in Windeseile etwas in der Lage verändern. Okay, das war mein kleiner Tipp für heute zum Thema Gradationskurve. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.